Fensterbau SIMS – Ihr Experte für den Einbau von Fenstern, Türen, Rollläden, Wintergärten und Glasfassaden. Wir bieten eine gute Beratung und eine fachgerechte Ausführung, wenn es um Dienstleistungen rund um den Verkauf, die Montage und Reparatur geht. Durch jahrzehntelange Erfahrung im Neu- und Altbaubereich haben wir für jede Anfrage die passende Lösung. Unter der Leitung des Geschäftsführers, Herrn König, montieren wir europaweit baufertigteile führender Hersteller wie Schyko, Profine und Rainers. Ob privat oder gewärtlich, wir setzen nur hochqualifizierte Mitarbeiter und Teamleiter ein. Daher suchen wir zur Verstärkung unseres Teams auch weiterhin engagierte und gut ausgebildete Mitarbeiter. Natürlich stehen wir Ihnen auch gerne persönlich zur Seite, um Sie ausführlich zu beraten. Rufen Sie uns gerne an, um die verschiedenen Möglichkeiten zur Realisierung Ihres Bauvorhabens zu besprechen. Fensterbau SIMS – Beratung, Aufmaß, Lieferung und Montage – alles aus einer Hand.